Ist er noch nur 20 Cent? Wofür? Der macht die Pausen, du streichst das denn ab. Weil ich wäre, kein Volkrecht. Die sind alle Kamerascheu, die Automaten. Ja, jetzt ja. Mittlerweile. Ist ja schon spät. Sobald man die Kamera drauf hält, kommt da nichts mehr. Dann läuft er jetzt auch wieder her. War zu erwarten. Boah, Übel, ey. Sternen. Sternen in lauter Klasse. Ohne Kamera klappt das. Ein Stück zurück, dann kriege ich beide drauf. Zwölf. Was auch sonst? Ich bin weg. Ja, Moment. Eine, zwei. Status zurück geht's. Da kommen jetzt erstmal die 50. Vendor hier. Fast. So, guck mal. Das sind jetzt 350 schon. Davon kriege ich erstmal die 4 Euro vom Ruben. Ja. 5 Euro für den Abend. Hier kriegt der Klaus. Klaus? Mhm. Mh. Mh. Sechs für die Putsche auch, ne? So. Ja, guck mal. Ich versuche schon die Kamera von meinem Stratos hier fernzuhalten. Damit da wenigstens was kommt. Wir waren 4 Euro von heute Mittag, oder was? Ja, ja. Und wer hat dir die 6 Euro vorgelegt? Jetzt aber. Das war ich, ne? Naja. Für die Pizza. Die hatte ich dir vorgelegt. Ne, Klaus? Ich hatte dir 12 Euro gegeben, ne? Ja, ja. Gut. Ja, stimmt. So. Okay. Du musst sagen, dass hier vorne hast, wenn du mein Becker ist, glaube ich. Die grüne ist schöner. Blöde Tischkant. Hm. Vor allem keinen Fall mehr an, außerdem da oben, ne? Langweilig. Ja. Ach, die ist leer. Okay. Ach, der hat er den zweiten Fall auch noch gemacht. Oh, schön. Hm. Möhrige. So, das ist dein, oder? Ja. Das heißt so, du kannst jetzt... Ah, das ist jetzt 10 Cent Stück, ja? Genau. So. So, das ist dein, oder? Okay. Wir müssen jetzt alle Automaten bezüglich 10 Cent Stücke durchforsten. Äh, oder warte mal kurz, ich mach jetzt erstmal den Klaus fertig, ja? Ja. 10 Cent Stücke, die machen wir gleich. Weil wir müssen jetzt eh so nach und nach überall. Ja. Hört sich spannend an. Ja, die Autobahn, die nicht mehr gespielt werden, können sie jetzt mal machen. Dein, dein. Piratenort wegkicken und so. Ja. Piratenort eigentlich voll mit Geld. Sterne. Sterne. Die mag ich nicht lehnen. Braut. Ich hab mein Kopf, ey. Die Braut 10 Cent Stücke von dir reingeschmissen, ne? Und null. 4 Cent Euro. Terror in the Bronx. Ach, ich bin jetzt sicher, oder? Ich hab meinen Pfeil nochmal angemacht, ne? Ich hab mir eigentlich die Risikautomatik da ausgemacht. Aha, der Motor geht ganz viel auf, du. Immer nur da, wo dir zum Schnapp kommt, ne? Boah, wie soll ich denn hier filmen und gleichzeitig spieren? Du musst jetzt auch kein 3-Stunden-Video mehr filmen. Ja, ich wette, wenn ich jetzt die Kamera wegnehme, dann laufen die 3 Sonnen ein. Ja, genau. Ui! Da sind sie nochmal. Ich bleib noch ein bisschen hier, fahrt jemand raus. Aber er hat den Pfeiler machen, ne? Ja, so geht das. Erstmal ein bisschen spielen. Du bist den ganzen Tag, über 12 Stunden. Ich mein's mit dem Pfeil jetzt hier. An- und ausmachen. Am besten klappt das, wenn... Der hat ja mal Gas gegeben jetzt, ne? Der hat ja mal aufgeholt. Hat den da relativ Licht angemacht. Das hat er vor, wo das Licht an war, lief die Kiste gleich viel besser. Da hat er den Weg nach oben gefunden. Ja. So geht das. Also, E-Jim, Fad und Cash, wann liegen die, ne? Ich strafe irgendwie die Kisten, die ich eigentlich gar nicht gespielt hab und gar nicht mag. Der ist schon leer, der Stratus? Der ist schon leer, ja. Der ist schon leer, ja. Der ist auch schon leer. Soll man den gar nicht mehr spielen, ne? Wenn der, ist der Stratus schon anbrecht, leer ist die Röhren auch. Wo hat er in die Röhre mal ganz? Keine 10 Cent-Stücke oder so? Keine 10 Cent-Stücke. Ich schätze mal, dass wir noch mal gucken. Guck nochmal bitte nach. Ja. Und wenn der dann fertig ist, dann schalte den ab, schon mal. Das kann ich nicht... Ja, der hat ja... Oh, Basti! 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 Ich hab mal einen Fuffi für dich hochgedrückt, ne? Wenn der dann einfach zum Zocken hat. Ein Stück nach hinten, nicht? Ja, genau. Dann war alles durch. Basti, ich hab einen Fuffi für dich hochgedrückt. Adi, die hast du in der Hand gehabt. Muss ja glaub ich noch mal machen. Basti, hab da nicht jemand jetzt noch nachgeschmissen, ne? Nein. Das ist schon richtig los. Aber das war gar nicht meine Absicht, also es kann was wie wenigstens vielleicht zocken. Ich hab gerade eine Fuffi für dich hochgedrückt, aber halt. Machen wir so, oder? Nee, ich ist leer. Und wenn ich jetzt auf volles Rohr stelle, dann ist es weg wahrscheinlich. Machen wir einen Jackpot draus. Machen wir einen Jackpot, ja, würde ich ja. Aber nee, dann kann kein Geld mehr geben auf volles Rohr stelle. Damit wir so nach und nach sehen, welche Geräte alle schon fertig sind. Okay. Guck mal, der Big Jackpot hat doch noch einen Pfeil gemacht, ne? Alle beide. Ist schon ein Zeichen dafür, dass wir so einen Schlüssel reinmachen können. Ripple Power hat auch beide an. Giranten Braut auch. Ja, 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 ja. Die ist leer. Überall zwei Pfeile an. Bösten Braut auch. Oh, no, das ist ja alles. Bösten saßen mich auf. Vielen Dank. Fuck, Herr.